Ich gehöre keiner Partei an und ich habe und nehme auch nicht immer die Zeit, alle Konflikte und Fragen meiner Geburtsstadt im Detail zu studieren. Denn die Anforderungen an die Qualität einer Weltstadt sind ja doch sehr vielfältig. Aber ich habe über die Jahre doch ein Gesamtgefühl entwickelt. Und ich muss sagen, dieses Gesamtgefühl ist seit Jahren doch ein sehr, sehr gutes. Wien ist eine lebenswerte und äußerst facettenreiche Stadt, in der die Kultur, Gott sei Dank, noch immer eine große Rolle spielt. Ja, und ich wünsche mir, dass das so bleibt.